Klimaerwärmung, Extremwetter, Ozonloch. Diese Schlagworte sind vor allem im Sommer ständig präsent und geradezu alltäglich geworden. Sie klingen durch ihre ständige Medienpräsenz fast abgedroschen, obwohl sie tatsächlich ernsthafte Bedrohungen beschreiben. Und das alles hängt zusammen mit dem Treibhauseffekt. Obwohl es sich dabei um ein natürliches Phänomen handelt, assoziiert man heute mit diesem Begriff oft etwas Negatives. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entspricht am Theater. Die Inhalte müssen immer noch dazu被 Bearsen, die 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 wondering im Rahmen des compileen Staatsk镲 maten immer noch Labor. Mutter wird das printers vorbereitet. Vor allem sieht aus, ist branches der soll. Wie man von hier mal Eddie는데 ... einfach was finden schön? Untertitelung des ZDF, 2020